hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen video für viele ist es was ganz normales was ich heute zeige manche kennen das gar nicht oder für die ist jetzt ein fremdwort jeder router hat ein dashboard also ein verwaltungsbereich wo man zum beispiel das passwort vom internet ändern kann sehen kann wenn die letzten anrufe welche das wort welche getätigt worden sind eine mac adressen verwaltung dass du bestimmte pc systeme auf das internet zugreifen können die ganzen sachen und da ich immer noch leute habe die sich die davon noch nie was gehört haben zeige ich das heute mal ganz kurz hier oben in die zeile gibt die 192.168.1.1 danach drückt ihr enter und das ist jetzt hier der verwaltungsbereich von unserer box wir sind bei alles hier auf der anderen seite hier rechts würden dann noch so bestimmte daten wie mac adresse wlan adresse und alles mögliche stehen jetzt aus datenschutzgründen dass ich das mal weg und hier könnt ihr dann einstellen internet telefonie die letzten anrufe die getätigt worden sind im festnetz heimnetz mac adressenfilter oder für alle die jetzt ganz neu sich den anbieter zum beispiel gewechselt haben die müssen am anfang normalerweise hier in diesem menü den einrichtungsassistenten oder wie das bei demjenigen anbieter heißt dann nutzen zeige ich jetzt mal ganz kurz ihr internet kann man das passwort und die zugangsdaten ändern telefonie die letzten anrufe die man gemacht hat sicherheit kann man ip filter rein machen also welche ip adressen sich überhaupt verbinden lassen können mit dem wlan mac adressenfilter welche pc systeme sich überhaupt verbinden lassen können ja die allgemein dinge zum router selber kann man da einstellen doch mal die adresse 192.168.1.1 so das war schon mein ganz kurzes video für heute ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen bis zum nächsten mal